hey es kam mir die frage auf was hat das alles gekostet und ich habe mal alles zusammen geschrieben was das becken technik unterschrank aber halt auch die steine der sand dazu was das alles zusammen gekostet hat auch die lampen also einfach mal alles komplett bis es hier stand ich habe zwar einige sachen aus dem alten becken übernommen aber das allermeiste kam neu und deshalb finde ich kann mir das eigentlich auch ziemlich gut machen da mal eine übersicht zu machen was das gesamt gekostet hat mein name ist renee und ich heiße auf meinem youtube kanal bluetooth willkommen und freue mich immer wenn ihr das video gefällt dass man daumen hoch da lässt und den kanal abonniert und das nächste mal wieder einschaltet aber steigen wir doch gleich mal ein fangen wir doch gleich mal an was das becken mit ablaufschach gekostet hat das becken habe ich kleben lassen wie schon gesagt im letzten video wo ich die technik mal vorgestellt habe das becken habe ich kleben lassen bei aquatropica und das hat die maße zwei meter lang 60 tief und nur 50 hoch es hat einen mittigen ablaufschacht mit drei bohrungen 25 mm 36 35 mm bohrung und 40 mm bohrung also drei bohrungen ganz normal zu lauf ablauf notablauf all das was man braucht das becken mit den bohrungen und dem ablaufschacht hat 1050 euro gekostet da fehlte aber noch der überlauf kam da muss sich zwei teile bestellen damit das komplett drüber passt das hat noch mal 20 euro gekostet und natürlich die verrohrung die halt hier oben los geht unten im technik schrank natürlich weiter geht die hat insgesamt circa 150 euro gekostet ja ich weiß es ist jetzt noch nicht günstig aber wenn man das nachher zum schluss mal runter bricht auf den liter ist das becken echt gar nicht so teuer also ihr werdet überrascht sein was da zum schluss rauskommt aber als nächstes den unterschrank und zwar den habe ich schweißen lassen ich mache einfach mal das türchen auf einfache holzplanken auch so bestellt klettverschluss und und noch mal magnete dran einfach damit das ordentlich hält das ist aus vage schweißt und zwar dass hier natürlich die ecken geschweißt hier in der mitte rechts und links so dass in der mitte ordentlich platz ist und das technik becken gut ran kommen zu können aber auch das gut zu platzieren und bei vier zentimeter quadrat stahl v a kein problem das dafür habe ich gar nichts bezahlt und deshalb läuft das auch in die rechnung nicht mit ein das habe ich geschenkt bekommen von meinem schwiegervater vielen dank aber die platten die habe ich halt bestellt sechs stück an der zahl natürlich entsprechend auf maß schneiden lassen rechts links oder andersrum und vier mal die frontplatten sind übrigens alle so befestigt die haben 265 euro gekostet so was haben wir als nächstes auf der liste genau dann habe ich einmal hier unter dem aquarium so eine anhängerplatte und hier unten habe ich noch mal eine drin einfach aus dem grund dass halt einmal ordentlich steht damit alles gerade steht und teilt auch noch mal ein bisschen zum ausgleich dazwischen ist auch noch eine kleine matte zwischen die hat auch noch mal ein paar unebenheiten rauspuffern kann falls welche da sein sollten die waren auch nicht so teuer die haben 64 euro habe ich dafür bezahlt dann das technik becken was ihr auch schon bereits kennengelernt habt das gesamte von skims habe ich 200 euro für bezahlt allerdings das habe ich von ebay kleinanzeigen also somit auch weitaus günstiger geschossen aber was total super war weil das war kaum benutzt das war gerade mal zwei monate alt und da ist sogar noch garantie drauf ich habe den garantieschein dazu bekommen vielen dank nochmal lichtes leben heißt es so schön aber licht kann auch ganz schön teuer sein und dem ist auch so wenn man das als einzelkategorie nimmt ist das licht das teuerste bestandteil in dem gesamten aquarium und dabei habe ich die sogar schon gebraucht gekauft wobei auch wieder die neuen philips coal care zwar auch gebraucht aber wieder mit garantie und auch gerade mit zwei monate alt gewesen von daher auch wieder top und die dritte ist halt die erste generation die in der mitte für die gesamte beleuchtung für diese drei lampen habe ich insgesamt 1400 euro ausgegeben was für das was man an licht bekommt nicht so viel ist absolut fair und ich habe euch ja schon im letzten video gesagt warum ist halt die philips gewährt geworden sind warum ich die unbedingt haben wollte für die strömung sorgen hier hauptsächlich zwei tunze stream 3 rechts und links eine platziert und die haben zusammen auch circa 500 euro gekostet also ja es kommt schon batzen geld zusammen aber es ist nicht so viel wie gesagt jedes hobby jedes hobby kostet nicht nur die anschaffung auch im unterhalt und deshalb macht ja gar nicht so viele gedanken drum dass das zu teuer sein könnte wenn du das wirklich machen willst dann mache es es ist eine leidenschaft und es ist nicht zu viel geld also in meinen augen ist es nicht zu viel geld schreibt es doch mal in die kommentare ob du dieses aquarium hier vielleicht zu teuer findest hier die kleinen blumen marien nachfüll automatik die hatte ich noch deshalb ist die berechnung auch nicht eingeflossen aber du kriegst schon nachfüll automatik jetzt nicht diese wir hatten optischen sensor aber einfach mit einem schwimmer schon ab 40 euro also ist jetzt nicht unbedingt das teure teil dabei dann haben wir halt hier den abschäumer der war wieder ein bisschen teurer das ist seit der deltech 1000 so sieht man dass der ist auch ganz schön voll wie man hier sieht der müsste mal geleert werden aber top richtig dunkle brühe also genauso wie es sein soll erarbeit ziemlich leise bin ich echt top zufrieden mit der hat circa 360 euro gekostet oder 370 370 euro hat er gekostet aber kann ich nur empfehlen wie gesagt ich hatte im letzten video schon mal erwähnt dass das jetzt zweite ist den ich hier habe ich hatte zuerst den von naios der war mir einfach viel zu laut und deshalb habe ich ihn getauscht und zweimal bezahlt shit happens dann haben wir noch eine heizung ganz klar ich habe sie hier in dem ablaufschacht versteckt da stört sie mich halt einfach nicht die hat ungefähr 40 euro habe ich auch aus dem alten becken übernommen gesagt vorher das beck hat 500 liter das hat 600 liter für die heizung kein problem dann sehen wir hier noch die jibau rückförder pumpe die hat 170 euro kostet die macht 10.000 liter pro stunde die uv anlage die lasse ich jetzt mal außen vor weil die nur temporär da ist und nie dauerhaft eingeplant war deshalb kommt ihr hier auch nicht in die auflistung mit rein und dann haben wir noch die aqua medic dosieranlage mehrfach steckdosen kabel verlängerung also ein klein zeug zusammengefasst circa 250 euro damit haben wir technisch alles schon mal komplett was wir brauchen um das meerwasser aquarium zu starten was aber noch fehlt die steine und der sand die habe ich nämlich auch alles neu mitgenommen ich habe komplett neuen sand reingemacht ich habe neue steine reingemacht ich habe ein paar alte steine aus dem alten aquarium mit übernommen um entsprechend wieder bakterien in das system zu bringen die steine sind die akamiree frogs und die haben zwei pakete jeweils 20 kilo also 40 kilo gestein insgesamt plus ein bisschen aus dem alten becken die haben 130 euro gekostet und dann nochmal 20 kilo sand das ist er von aqua medic der 30 euro gekostet also insgesamt mit allem was ich jetzt aufgezählt habe kommen wir auf 4629 euro hat das gesamte becken gekostet es sind jetzt noch nicht solche sachen drin wie aus mose wasser salz weil ich finde das ist sehr sehr schwer zu beziffern weil hast du eine osmoseanlage kaufst du das welches salz nimmst du das macht immer ganz ganz große unterschiede aber ich hoffe bis hierhin es war alles sehr nachvollziehbar wie viel es gekostet hat und warum es so viel gekostet hat weil ich ja extra dazu gesagt habe wenn sachen gebraucht gekauft worden sind es muss ja nicht alles neu sein vor allem wenn du so ein glück hast wie ich das halt fast neue artikel sind wo noch garantie drauf ist die noch gar nicht so alt sind du die rechnung bekommst super warum nicht also 4629 euro insgesamt das gesamte system hat circa 600 liter wasser und ich habe dich ja schon gefragt was meinst du wie teuer war es kommt das deiner preisvorstellung nahe ich habe es auch noch mal runter gebrochen auf den liter es gibt ja diese faustregel 10 euro pro liter kostet mehr was aquarium ja das kommt eigentlich auch ziemlich gut hin aber je größer es wird desto weiter verschiebt sich das nach unten und wir kommen hier auf 7 euro 72 pro liter für die größe des aquariums bin ich mehr als zufrieden damit und ich bin glücklich dass hier steht es war ein haufen arbeit ihr habt gesehen wenn noch nicht dann schaut euch noch mal den umbau von dem alten aufs neue becken an und ich freue mich wenn ihr wieder einschaltet euer rené von bluetooth